EIS EIS BABY EIS EIS BABY Liebe Firma Mia Wieke, wir bedanken uns ganz herzlich für die Nominierung zur Cold Water Challenge 2014. Ihr habt ja alle so ein bisschen den einfachen Weg gewählt, wir machen das richtig. Cold Water Challenge heißt es nämlich. Und wir als RASA-Geschäftsstelle möchten nominieren Einmal RASA-Geschäftsstelle, große Beilage, Heiner, schöne Grüße. Die Geschäftsstelle der E-Wars mit Ollenburg, auch noch Ollenburg natürlich schöne Grüße. Und die DRAGONS aus Röhnloch aus die Schmidt, wir sehen uns bald. So, und jetzt abtauchen. DRAGONS aus Röhnloch